ja doch da habe ich gegen unendlichkeitstypen auch schon genommen ja ok wenn sie, stimmt wenn sie eng da zusammenstehen im gang und du haust da mit dem unendlichkeit dreimal rein was war deine max kill mit dem dreischuss ich warst maximal gekillt im pvp? zweimal hintereinander, achso du meinst als generell naja was ist eigentlich ein spiel eigentlich so, was wir uns gewähren vorher mal wo wir das eine spiel so hoch gewonnen haben aber ich mache das viel zu sparen lol ich habe einen fast runter geschossen und einen komplett tot lol ist ja schon geil also mit der stabilität kannst du ja nicht mehr nicht daneben schießen gerade weil das ding mal los schießt ist ein gegner tot haha das ist ja geil er hat mich zwar noch genutzt aber ich habe immer wieder 2-3 leute gekillt das ist ja geil das ding warte mir, als ich das vorher nicht getestet habe, ich habe gleich gegen den dänzer gegeben weil ich der erste jetzt noch einen kill mache lol jo jetzt muss ich nur wieder einsteigen habe ich gegen den dänzer sag mir wo die gegner sind, wo viele gegner sind ist das B? ja, da komme ich nicht zu schnell hin ja, da komme ich nicht zu schnell hin mal A, A sind da noch welche, Ironclaw? sag mir wo ich es mache ne, du hast ja schon alle gekillt ja, hab ich tot ja, hast ja schon alle wieder gekillt ja, hast ja schon alle wieder gekillt Zone B ist neutralisiert ja, warte Zone B ist sicher da ja, warte Ironclaw ich mag die Bags die gefällt mir die habe ich jetzt max level ok, guck da nein ach Mist, da kommt doch einer jetzt habe ich das erste Mal mit Unendlichkeit geschossen die drei Schuss und habe hier nicht gekillt weil da weggelaufen ist das war das erste Mal wo ich nicht geschossen habe und keinen kill ja, wo ich geschossen habe und zwar keinen kill lol ok, die ist gut die ist echt nice weißt, wenn das wäre jetzt so eine Waffe die Unendlichkeit wäre jetzt wenn jetzt im Hardrate dann wenn ich da die das Automatik wäre am Stamm wenn die Endschirm dann wäre die Unendlichkeit die perfekte Waffe Multiplayer dann hast du ein gutes Sturmgewehr und dann noch die perfekte äh spezielle ja entweder das Sturmgewehr oder den Wirt von Krota den will ich Wirt von Krota Schirmunition nice jetzt mal neues MG testen auf 331 brauche ich die Schirmunition Wirt von Krota was ist das genau der leere Schaden Revolver der bis zu 18 Schuss haben kann wenn du Wirt Saisonstreffer machst zufrieden im Grafik Ich geh zu A, nach dir B. Müssen wir weg, da haben die Granate hingeschossen. Nein, schicke mich denn, Alter. A ist sauber. Ha, ich will ihn gleich nochmal. Ich hab nur noch 237 Schuss. Alter, ich bin nicht selber 234, ich verrechne auch. Da, mein Schwertbrecher überlebt da, der Schwanz. Ja, das geht mir auch immer so. Schwertbrecher blinden so fast immer. Was trifft mich denn hier? Das ist immer noch der Rest von deinem scheiß Tor. Ja, das ist immer noch der Rest von. Come on, Pizza. Alter, hier ist volle Munition für Unendlichkeit und 300 Schuss für das MG. Na, 200 jetzt noch. Ich probier's aber. Oh nein, oh nein, oh nein. Golden Gun, Golden Gun. Ich fall halt ins Loch. Ach nein, ich kill mich halt selber. 212, weil ich vor Golden Gun fliege, üb ich halt ins Loch lieber. Oh. Alter, wie ist meine Munition? Ich geh gar nicht gut, oder? Nicht gut gemacht. Wascher geht's eigentlich noch? Ja. Oh, jetzt haut er mich um der Teil. So eine Schweinebacke. Ah, Grandmaster, komm mal mit. Wo sind viele Gegner? Wo sind viele Gegner? Wo sind viele Gegner? Das ist eh safe. Wir nehmen es schon ein. Zone B ist neutralisiert. Mist, von hinten gesnipet, von C außen. Kommt, ne, kommt zu B. Kommt von C außen zu B. Die immer noch Klinge sind. Was soll ich, wo soll ich denn hin machen? Da sind so wenig Gegner. Zwischen A und C bewegen. Hm, ist wieder keiner. Mist. Ah, wo war der denn bitte? Hab ich nicht gesehen. Wo sind die Orbs? Äh, war bei Richtung 10. Richtig zu. Ruf mal die, die schwere Munition mal C sicher. Nein, jetzt komm. Ich will mich schon wieder runterfahren. Nein, wieso stirbt denn nicht? Ich hab mich nur voll getroffen bei A, Alter. Zone A verloren. Ja, ich hab ihre schwere Munition. Zone A ist sicher. Ich stehe jetzt hin. Das macht mehr. Ich hatte keine Muni mehr. Ich hatte keine Muni mehr. Ich hatte keine Muni mehr. Aber der alleine, ja. Bei B, ich habste. So, noch 5 Minuten. So, noch 5 Minuten. Zone B verloren. Nein! Schade. Mach mal. Ich verteidige B. Irgendwitz. Was nimmst du für ein MG? Alvin glaubst du, dass das so langsam schießt? Oder das Hammer oder was? Alter kommt einer. Ne, das ist... Äh... Wir sind beim Schmelz. Ah, der hat sich wieder belissen. Der hat sich wieder belissen. Haha, Unendlichkeit. Und zwar... Entgegen... Entgegen alle Erwartenden. Okay, das kann ich schon. Oh, nein. Zone A verloren. Ja, nice. Erkrank. Ne, doch nicht. Wer hat ihn denn gekillt? Keine Ahnung. Irgendwer hat ihn gekillt. Das gefällt mir eigentlich echt gut. Weil es halt gerade so langsam schießt und dann echt präzise ist. Also, die Unendlichkeit brauchst du echt nicht abgeben für Eisenmann. Die ist jetzt schon unzerstörbar. Ist gut. Das ist ja unfassbar wie gut die ist. Ja. Einer bei mir. Ja, ich habe ihn noch mitgenommen. Golden Gun. Wer macht der Golden Gun, wenn er schon fast tot ist? Guck mal, als Fliegen-Tanz ist das Spiel vorbei. Wo sind die denn? B? C sind ganz viele. Drei Leute. Drei Leute. Ja, Gwen machst du das geschafft. Aber es ist bei keinem Krieg. Aber es ist bei keinem Krieg. Aber es ist bei keinem Krieg. Drei Leute. Ich bin halb auf Rang 4 schon. Geht echt schnell, wenn wir Spiele gewinnen. Ich bin bei keinem Schuhversteiger. Drei Leute überlegt. Ich glaube, ein paar Menschen. Ja, bis zwei geht auch relativ zügig. Drei ist. Drei dauert lang und vier dauert ewig. Und fünf, ja. Drei ist. Drei ist. Drei dauert lang und vier dauert ewig. Okay, was ist da los? Und wir schrauben alles ab. Jeder kriegt was. Nice. Der Lightning kriegt wieder zwei Sachen. Nice, 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 nice. Können wir schnell zum Turm bitte? Dann kaufe ich mir das Teil. Nice, nice. Er kauft jetzt Timos Peitsche. Auf geht's. Bis dahin. Schaut schon.